Ach, kurz und knapp und hallo, da seid ihr ja schon wieder. Nee, das geht nicht um den Motor hier heute. Das ist der Motor von der Susi. Also das Moped heißt Susi, oder Susi, nicht Susi. Ja, das ist ein Motor von einer guten Freundin und von einem guten Freund und der ist im KR 50 drin und er schaltet halt nicht mehr richtig, trotz neuen Bautenzug und so weiter und so fort und dann würde ich mal gucken, was da so problematisch ist an dem Motor. Und zwar war ich heute auf dem Oldtimer-Treffen in Schwedt, also einige wissen, wo Schwedt ist, weil die mich so kennen hier von der Umgebung hier. Und zwar war das dieses Oldtimer-Treffen, blende ich heute mal hier ein. Ja, da habe ich mir gedacht, ich mache mal ein paar Fotos, schnippel die Dinger zusammen und zeige sie euch. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß damit und los geht's. Und zwar ein paar Fotos, schnippel die Dinger-Treffen in Schwedt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.